Ich darf Ihnen gratulieren, Sie sind von der Online-Plattform Leadersnet zu Österreichs Krisenmanagerin des Jahres 2021 gekürt worden. In der Kategorie Tourismus haben Sie den ersten Platz belegt. Womit haben Sie gepunktet? Ja, das Ganze wurde ja mittels Online- und Jury-Voting ausgepriesen und hat dann verschiedene Arten der Kompetenz, von digitaler Kompetenz über Netzwerk und Sozialverhalten beinhaltet. Ja, ist natürlich eine große Ehre. Hoffentlich braucht es diese Auszeichnung, aber im nächsten Jahr nicht mehr. Ja, mal schauen, wie es weitergeht. In jedem Fall im Tiroler Tourismus brodelt es. Mario Gerber, der Tourismusobmann der Tiroler Wirtschaftskammer, meinte, appelliert an den Bundeskanzler, mit dem grünen Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein das Gespräch zu suchen, damit er von dieser Regelung wieder absieht. Können Sie uns die Stimmungslage in Kitzbühel beschreiben? Sie meinen die Sparstundenregelung zu Silvester um 22 Uhr? So ist es. Genau. Natürlich ist es für unsere Betriebe momentan sehr schwierig. Es gibt sehr viele Änderungen in den Verordnungen, auch in den unterschiedlichen Regelungen. Und um 22 Uhr zuzusparen zu Silvester ist natürlich auch schwierig, gerade jetzt zu dieser Zeit. Und ja, wir versuchen jetzt ein Programm auf die Beine zu stellen, wo die Gäste auch zu Hause in ihren Zimmern dann noch ein wenig Programm haben. Aber natürlich hat das den Unmut gerade bei unseren Betrieben und Unternehmen schon wieder gesteigert. Mit jeglichem Respekt auch der gesundheitlichen Situation gegenüber. Was meinen Sie genau damit? Wir haben jetzt mit Kitzbühel Tourismus ein sogenanntes Neujahrsradio konzipiert. Das heißt, wir werden bis 1 Uhr Neujahrsgrüße in auch die Zimmer der Betriebe und zu unseren Gästen schicken. Das heißt, man kann auch nach 22 Uhr mit jeglichen Sicherheitsvorkehrungen in seinem Zimmer dann trotzdem noch ein Programm und ein sehr abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm bei uns genießen. Eine nette Idee. Glauben Sie, dass es Restaurants und Lokale gibt, wo dann im Hinterzimmer weitergefeiert wird nach 22 Uhr? Ich glaube, das ist uns gelungen. Und so machen wir wie immer das Beste aus der Situation. Jetzt gehört ja eigentlich auch ein Feuerwerk dazu, zu Silvester. Wie sieht es diesbezüglich im Raum Kitzbühel aus? Wir haben im Jänner einen sogenannten Markenbildungsprozess gestartet. Das war ein sehr kollektiver Prozess mit zahlreichen Umfragen mit über 100 Kitzbühlerinnen und Kitzbühlern, die sich auch zu verschiedensten Themen für die Zukunft Kitzbühls dann auch ausgesprochen haben. Da war das Neujahrsfeuerwerk ein Thema. Und es wurde ganz klar auch im Sinne der Nachhaltigkeit entschieden, dass das Feuerwerk in dieser Form nicht mehr stattfinden wird. Das heißt, daher gibt es eine Übergangsphase. Und dann im nächsten Jahr werden wir mit einem neuen Konzept aufwarten. Warum gibt es heuer kein Neujahrsfeuerwerk? Das habe ich jetzt nicht so ganz rausgehört. Aufgrund der Nachhaltigkeit? Aufgrund des Markenbildungsprozesses, wo man gesagt hat, okay, überdenken wir dieses Programm. Und natürlich wäre es auch gar nicht möglich heuer. Wir haben bis zu 20.000 Besucher gehabt. Das würde uns auch eine Bezirkshauptmannschaft heuer nicht freigeben. Das klingt aber nach einem recht ruhigen Silvester in Kitzbühel. Was wir jedenfalls heuer merken, sind unsere britischen Gäste. Die machen ja fast 20 Prozent unserer Gästeanteile im Winter aus. Und natürlich haben wir hier heuer schon den ganzen Winter einige Themen, wo einfach der britische Gast sich auch entscheidet, gar nicht zu uns zu kommen. Also das merken wir auf jeden Fall. Die Deutschen waren sowieso noch nicht richtig so beliebt. Das war ein Horrortag, es ist wirklich ein toller Tag. Das war ein Horrortag, also wirklich ein toller Tag.